So, Halli Hallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Was sagt der Wahrsager heute? Geister sind voll neutral, leben vom Land. Hast du eine Küche? Ja, jetzt neuerdings. Seit einem Tag haben wir die. So, und wie vermutet... Ah, die Radieschen können wir noch nicht pflücken, aber ein bisschen Knoblauch. Plopp, plopp, plopp. Zack, 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 zack. Haben wir unseren Spaß? Ich glaube, ich gucke heute mal in der Abenteurer-Gilde nach, was noch unsere Ziele sind. Zack, 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 zack. Ich habe zwei Krähen verjagt. Super! Coole Vogelscheuche. Also, fünf Felder Knoblauch. Dann haben wir Blue Jazz. Oh yeah. Swoop, 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 swoop. Ja, wie ich es mir gedacht habe, ein paar dieser Felder werden, also zwei werden nutzlos. Zack, 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 zack. Und... Oh, scheiße! Wegen dem blauen Jazz ist das Inventar voll. Honig hat's auch wieder. Alles klar. Oh, das Knoblauch können wir eigentlich schon alles verkaufen. Wie war das mit Blue Jazz? Haben wir da extra eine... Ach nee, wir haben eine Tulpenkiste. Ja, auch da würde ich jetzt... Ich lege mal nur die Goldqualitäten rein. Weil sonst ist es mit den Blumen zu kacke. Gut. Schippen, 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 schippen. Schippen, schippen. Und ganz viele Pastinaken. Ich sollte mir ja auch wieder kurz aufschreiben. Fünfmal Knoblauch. So eine Einkaufsliste schreiben. Fünfmal Knoblauch. Dann haben wir auch fünfmal die Jazzblumen. Obwohl ich da noch nicht weiß, ob wir die normal anpflanzen sollen. Und dann kommt hier ein ganz viel Pastinaken. Swoop, swoop. Zack. Kann man auch schon mal vorbereiten, das Feld. Zack. Und auch hier gießen. Okay, Pastinaken. Das sind insgesamt sechs, sieben, acht, neun, zehn Felder. Uh. Unsere Haupternährungsquelle hier. Gut und günstig. Zack, zack, zack. Zack, zack. Also in dem Part haben wir sehr viele diverse Erledigungen. A, müssen wir natürlich unser Feld neu besaaten. Dann müssen wir ins Community Center. Zack, zack. Emeline Aprikose bringen. Und dann habe ich nur noch vor, diese Monsterziele anzugucken. Also heute ist was los in dem Part. Und zu Clint müssen wir auch noch. Erstmal lagern wir dich rein. Dann. Wie sieht es mit dem Pastinaken aus? Fünf brauche ich so. Den Rest kann ich... Ich verschippe mal nur kurz die hier. Und die verkaufe ich bei Pierre. So, da kann die Kirsche rein. Das Lehmstückchen brauche ich erstmal kurz nicht. Ins Museum können wir auch noch gehen. Ja, heute ist ordentlich was los. Obwohl, Pastinaken können wir ja auch noch verschenken. Das hatte ich auch noch vor. Ach, kacke. Ach, kacke. Ich gucke mal kurz, wie es mit dem Geld steht. Wenn wir eingeschoppt haben. Ja, so ein Mix aus Shopping und Einkaufen. Damit die Kunst zweimal Katzenfisch. Ich bezweifle, dass wir das fangen können. Aber naja. Ich höre mir ein paar Vorräte. Jawohl, hier bitteschön. Oh, was? Ich kriege eine Pastinake. Nicer Shit, Mann. Auch du kriegst eine Pastinake. Okay, kaufen wir auch gleich schon die Saat bei dir. Also, auf jeden Fall. Was? Zehn mal acht. 80 Saat für Pastinaken. So, dann auf jeden Fall noch 40 Knoblauch. So, und schlussendlich noch die... Komm, eigentlich... Wir brauchen echt nicht so viel Blutsche. Komm, einmal geht noch. Was war's? Zierlauch. Auch da einmal 40. So. Alles klar. Rüstig. Rüstig. Dann lege ich mir schon mal die Aprikose hin. Dass wir die nicht vergessen. So, hallo, Freundin 1. Oh, Peter, hi. Was soll ich damit anfangen? Wie kannst du Pastinaken nicht mögen? Ich dachte, du wärst meine Freundin. Ich wünsche Abby wird nicht so viel Zeit im Zimmer rumgammeln. Oh, was? Really? Ja, könnt ihr euch hier ein Frühstück machen? Pastinakeintopf oder so? Schmeckt bestimmt voll scheiße. Mani! Oh, die haben wir voll ewig nicht gesehen. Die Tiere sind so unschuldig. Nummer 1 Veganerin des Stardew Valley. Alles klar. Schnuppern wir bei Emily vorbei. Name ist Lehrerin. Meine Mutter hat definitiv ein Problem. So oft wie sie in die Kneipe geht. Was? Du meinst, Pam hat ein Problem? Ein Alkoholproblem? Bist du dir wirklich sicher? Genau, positiv. Hier kriegst du eine Pastinake. Weil du so, weiß ich nicht, depressiv aussiehst. Und eine Pastinake wird dir bestimmt gut tun. Oh, eine Cutscene. Oh, eine Hayley-Cutscene. Oh, ich krieg dieses Glas einfach nicht auf. Ich brauche einen starken Mann. Oh, du bist Peter richtig? Schön, dass du noch ein Jahr, nachdem wir in dem blöden Tal, so nachfragen musst. Du bist ziemlich stark. Jawohl. Großartig. Dann solltest du ja kein Problem damit haben, dieses Glas für mich zu öffnen. Oh, fuck. Nicht blamieren jetzt. Mach auf. Ah. Äh. Ja. Hey, du hast es geschafft. Du bist stärker, als du aussiehst. Danke. Oh, ein Herz. Danke. Schönes Event. Ah, ich habe leider keine Kokosmus dabei. Dieses Städtchen ist so klein. Echt nervig. Oh, so ein dummes Geschenk. Fuck. Auch sie mochte nicht unsere Pastinake. Ist Emily da? Emily ist da. Woo. Hi, Emily. Es gibt gute Leute in dieser Stadt, die einfach nicht ihr Glück finden können. Das macht mich traurig. Hier, kriegst du eine positive Energie. Und... Ah, voll nice. Fresh Fruit. Boah, 600. Nice. Das macht es ja schon fast wett, dass wir dafür 2000 Gold für den Setzling ausgegeben haben. Eigentlich macht es das schon wett. Kent Boy, ne? Hallo. Auch du kriegst... Nein. Hey, das ist wirklich großartig, Mann. Das habe ich die ganze Zeit beim Militärdienst gefressen. Ja, da gab es tagtäglich nur Pastinaken. Morgens, Mittag, Abends. Als Snack noch dazu. Alles Pastinaken. Eine gute Jahreszeit zum Gärtnern. Auch für Nicht-Bauern. Ja, bitteschön. Großartiges Geschenk. Gehen wir mal weiter Richtung Osten. Zu Clinty Boy. Na, deine Freundin ist jetzt meine Freundin. Warte, du hast die Ärzte? Hm, da steckt nichts drin. Blöd. Da, kriegst auch ein lustiges Geschenk. Sei froh, dass du ein Bauer bist, Peter. Das ist angenehm, den ganzen Tag draußen zu arbeiten. Das sind wir im Schmelzofen. Alter, draußen im Sommer. Da ist auch nicht so angenehm. Kannst du dir nur sagen. So. Wie ordne ich es denn so? Oh, Werkzeuge. Ja, die Axt und Hacke können die auch bald verbessern. Brechen wir erstmal aber ein paar Geoden. Yay, noch mehr Kupfererz. Was ist das? Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Barüt. Barüt. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Zack, immer draufhauen. Das allerdings hatten wir. Das hatten wir schon oft. Hellwitt. Sehr schön wertvoll. Oh, hatten wir das schon? Fluorapatit. Na, hatten wir schon. Hatten wir das? Ach nein, das hatten wir auch schon. Nein. Ist schon alles identifiziert. Nur die beiden Sachen nicht. Hm. Mal Lehm. Okay, wir müssen kurz zum Museum. Ich habe keinen Platz mehr. Moin, Günther. Äh, Günther. Ich möchte was spenden. Was donaten. Einmal hier. So. Ach, nee. Das haben wir... Das hatten wir noch nicht. Okay, dann halte ich einfach ein paar mehr in der Switch-Version. So drei, vier Mal. Und das war, glaube ich, das zweitwertvollste Mineral. Ah, nee. Das ist hier nicht nach Preis geordnet, ne? Es fehlen nur noch vier. 450. Genau. Und das da ist das teuerste mit 700 war es, glaube ich. Also. Brechen wir mal weiter auf. Ein Stein. Yeah. Ein. Ja, das haben wir auch noch nicht. Nice. Da fehlen nur noch drei. Uh. Den hatten wir aber schon. So. Aha. Yay. Noch mehr Lehm. Hurra. Ich muss mal kurz Lehm wegschmeißen. Und Steine auch. Braucht kein Schwein. Okay, weiter aufbrechen. Uh. Glücksspiel. Ah, Eisenerz. Was haben wir auch schon da? Ja. Genau das, was ich wollte. Hm. Lunarit. Fünf Gold. Uh. Du hast nicht genug Platz. Ach, kacke. Okay, schmeiß mal. Die Kohle will ich ungern wegschmeißen. Was schmeißen wir denn stattdessen weg? Machen wir das Eisen. Eisen weg. Ja, guck. Weil wir hier drei Kohle rausbüger und drei Steine. Kacke. Hätte ich das Eisen nicht wegschmeißen brauchen. Wegschmeißen. Okay. Spendentour Nummer zwei. Hi, Günther. Einmal spenden. Zack. Neue Belohnung. Oh yeah. Achso, und wir kriegen noch das Geld von Clint. Ähm. Ja, ein Kristallarium. Was? Das kriegen wir einfach nochmal vom Spenden. Geil. Cool, dann haben wir schon eine doppelte Diamantproduktion. Oh yeah. Was war das nächste Ziel? Das Community Center. Da wollte ich hin. Okay, gehen wir aber auch einmal kurz bei... Müsliriegel. Nice. Gehen wir kurz bei Gas vorbei. Vielleicht hat er ja Glücksmahlzeiten zu verkaufen. Na alter. Chortier. Ich spucke dir auf den Boden. Biet wieder Glücksmahlzeiten an. Denn das war so geil, Mann. Hey, willst du einen Müsli-Riegel? Richtig lecker. So, mhm. Delicious. Ne, wir haben ihm ja schon was geschenkt. Äh. Sagt Community Center. Da rennt aber wo ganz anders hin. Ein typischer Peter. Ja. Hui. Hm. Okay. Äh. Ich würde erst... Ach, scheiße. Wir haben noch die ganzen Nutzpflanzen im Frühling da abzuge... Ach, verdammt. Oh, Gott. Und... Honig. Honig, genau. Und die Pastinake noch. Oh, Gott. Bündel komplett. Was kriegen wir? Ein Einmachgefäß. Kann man auch in unseren Garten stellen. Ach, kacke. Nutzpflanzen. Oh. Oh. Das tut weh. Lauf, kleiner Mann. Lauf. ich glaube das wichtigste vom tag ist schon geschafft auch wenn er auch scheiße er braucht es ja schon 15 minuten lang und ist gerade mal 14 uhr neun alles klar das kristallarium stelle ich mal direkt daneben ab brauche ich noch mal kurz ein diamond in the sky das einmachglas kommt das kann man hier die pastinake verarbeiten vielleicht wird ja was leckeres draus kann es auch kann es auch den sirup nicht verarbeiten den müsli riegel nein schade einmal mal eine pastinake rein so zeit einmal alles anzupflanzen einmal übers feld rennen wie so ein kleines kind bloß dass wir hauptberuflich jetzt bauer sind alles klar so dann waren hier die zierlauch keine ahnung warum das dann blue jazz heißt auch wenn es zierlauch ist ja forscher rätsel noch und schlussendlich noch knoblauch das komischerweise kein white jazz auch wenn es ebenfalls lauch ist naja muss man nicht verstehen schippen wir mal dich da rein hier kommt der ahornsirup und wir machen unsere taschen ein bisschen frei einfach weil wir es können den kupfer ok wir haben jetzt drei sachen im inventar die wir ja kommen die mineralien verkaufen sie einfach ich muss echt noch mal kurz die sicherheit nachgucken wird uns fehlen echt nur noch drei nicht schlecht ja kochen aber noch gar nichts gemacht artefakte fehlen hat noch viele die zwergenschrift rolle und alles andere weiß ich aber echt nicht wo man die real bekommt obwohl ich glaube hier war noch eins in der wüste und hier gibt es noch viel zu verschippen was ist das denn zwischen eisen und gold erz hat hier noch mal ein erz hier ist das radieschen ich bin verwirrt gott wir haben noch noch gar nicht so viel geschippt chile gab es nicht chile irgendwie zum auch hier rein tatsächlich gut dann das chile fürs nächste mal mitnehmen und nö oh die musik ist geil oh ist die fancy ich fühle die einfach und eigentlich kann ich auch schon hier das frühlingszeug mitnehmen ne kartoffel wollten die ne genau blumenkohl und grüne bohne die werden noch angepflanzt das wird ein richtig langer part Pam oh was ne pastinake geil oh mein kopf war zu viel pastinaken gesnackt wo steht Pam auf unserer liste uh uh die müssen wir noch ein bisschen öfter heiter mit pastinaken nein ich wollte jetzt erstmal gucken was unser ziel war genau das war noch die letzte sache die ich erledigen wollte bevor wir hier wieder wahllos monster abschlachten so was geht ich krieg noch ne belohnung von euch ne was sagt denn das ziel schleime oh da fehlen noch einige staubgeister 100 ach fuck verbarenring sieht ganz lustig aus scheiße uns fehlen noch ganze 100 ach ne ach ne ich hab das gefühl bei den staubstäufeln tut sich gar kein fortschritt scheiße da müssen wir echt nochmal ein paar intensive tage mit denen verbringen ok wir machen einfach eine eine liste die abzählt wie viele noch fehlen jetzt fehlen noch 99 98 97 99 96 ich zähle das jetzt einfach 100 bis die 100 durch oh fuck bis die 100 durch sind und schleime oh gott hab ich nie erwartet dass da so viele fehlen ja aber ich sollte öfter kaltblütig morden dachte grad er hat da irgendwie so ein komisches goldenes mineral raus gedroppt aber es war nur ein misch aus erz und der essenz sehr schade das war 96 das ist belastend ok 95 bei den schleimen zähle ich nicht das ist mir dann doch zu viel zack ok komm ich brauche noch mehr dieser staubteufel kommt boys eine leiter staubteufel da unten nein links nein geil oah der crit der zieht scheiße keine staubteufel mann oh mann oh mee hee 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 tern puh ha dann 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 ja 95 staubteufel ne das werde ich bis nächste woche eh vergessen haben wenn ich wieder aufnehmen ehm Das waren jetzt 3. 92 noch. Mein Ziel ist heute, 10 zu erledigen. Also fehlen noch 3. Und da sind sie. Cool, noch 90. Das waren genau die 3, die ich wollte. Zack. Oh, ich weiß gar nicht, wie ein Pfeifen in der Aufnahme ankommt, wie das verzerrt wird. Ich lasse es mal lieber und singe so weiter. Verseuchtes Gebiet. Ja gut, da gibt es Schleime. Also irgendwie sind hier die Spätfünfziger-Zonen die verseuchten Gebiete. Schlechthin. Vielleicht gibt es ja hier noch eine Einzelschriftrolle. Man weiß ja nie. Man sollte nie aufhören zu träumen. Zack. Oh, Aua. Oh, da kommen sogar Fledermäuse. Zack. Das ist Schlitz. Schleim. Oh yeah. Zack. Nochmal eine Fledermaus. Nochmal Fledermäuse. Aua. Ich bin zu blöd zum Kämpfen. Angriff abgewehrt. Du Trottel. Sind nur noch ein paar Staubis. Ja, ist jetzt mal eine liebevolle Bezeichnung für die Staub... Teufel. Staubis. Ah, eine Dreier wieder mal. Eine flotte Dreierrolle. Okay, nein. Ich schlage mich jetzt nicht bis zur Mitte durch. Mine verlassen. Zur Bushaltestelle. Der Part war eh schon lang genug. Jetzt haben wir noch kurz an den Küsten grubbeln. So. Alles rein, was rein geht. Den Ring legen wir mal hier rein. Zack. Und... Dann haben wir noch eine Winterwurzel. Und der Rest... Ist für diese Truhe bestimmt. So. Dann ab in die Haier. Mal schauen, was wir an Gewinn gemacht haben. Hofarbeit. Oh ja. Minenarbeit. Ach, guck mal. Die drei Mineralien waren jetzt auch ein bisschen... Oh, ich dachte schon, der Müsli-Riegel hätte jetzt... ...so viel gebracht. Blaue Jazz. Aha. Ja. Hat so einen Durchschnittswert von... 55 bis... 70 rum. Der Knoblauch. Ah, lässt sich für fast 100 verkaufen. In Goldqualität. Fast die Naken. Cool. Gut, dann würde ich sagen, das war's für den Part wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Euer Hansenpeter. Ciao.